Ich mag immer nicht gerne, wo Autos so viele sind. Das ist eine Baustelle hier hinten. Das ist eine Baustelle. Hier kommst du nicht durch. Hier auch nicht. Hier ist Flugplatz. Wenn wir mal gucken, mal einen Blick hier werfen. Er kennt seine Umgebung hier noch nicht mal. Hier ist Flugplatz. Hier sieht man jetzt die Landebahn. Mit dem Stroh. Das war das beim Flugplatz hier. Hier geht es weiter. Da kommt man wieder an der Straße raus. Das ist ein schönes grünes Fleckchen hier. Hier geht es weiter. Hier geht es. Das ist ein Trampelfahrt. Das ist ein Trampelfahrt. Das ist ein Trampelfahrt. Das ist ein Trampelfahrt. Was ist denn hier? Einfach langlaufen. Das ist am Flugplatz hier alles. Das ist ein Trampelfahrt. Das ist ein Trampelfahrt. Das ist ein Trampelfahrt. Das ist ein Trampelfahrt. Den Weg ist nicht so gut. Aber trocken! Der Boden. Wo komme ich denn hier raus? Oh, ich finde immer Wege, wo ich alleine bin. Ah, da komme ich auch da hinten raus. Hier ist der Trampelpfad. Hier ist der Flugplatz. Das ist der Flugplatz hier. Hier ist der Flugplatz. Hier ist der Flugplatz. Dann gehen wir wieder auf den Weg. Hier ist der Flugplatz. Hier ist der Flugplatz. Das ist schon ein bisschen grüner hier. Schöner aus. Hier ist der Flugplatz. 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 Das ist aber trocken hier. Hier ist der Flugplatz. Hier ist der Flugplatz. Da hinten ist der Weg. Oh, herrlich. Das sieht schön aus mit den grünen hier. Das war ja mal nur Sand hier. Schön aus. Hier ist der Flugplatz. 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 Dann gehen wir jetzt dort auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Da hinten ist der Hafen Hildesheim. Da ist der Weg hier. Oh, jeder geht hier. Oh, jeder geht hier. Oh, jeder geht hier. Oh, jeder geht hier. Hier ist die Brücke. Ach, das ist der Kanal. Das ist der Kanal. Dass hier noch ein Kanal aussehen. Das ist die Kanalbrücke. Das ist die Kanalbrücke. Hier wird auch nicht mehr lange stehen bleiben. Das ist der Kanal. 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 Bolzum, 16. Ne, das ist mir zu weit. Nach Bolzum geht es da lang. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. hier. Die werden es auch noch abruppen. Das Industriegebiet zu sehen. Und da bin ich ja gekommen. Ich bin auch noch auf den Weg direkt. Schöpferin. Frisch und grün hier. Das habe ich hier noch nicht. Das ist ja die Schleife, diese da. 155 sind alle angezeichnet, denn wir bauen sie hier auch bald. Sieht hier auch wieder anders aus. Das ist die Straße da hinten. Hier bin ich ja gekommen. Von Hildes haben hier mich reingegangen. Hier geht es zur Straße hin. Wenn sie dann da weiter geht, weiß ich nicht. Auch Kanal. Geht über den Kanal irgendwie. Das ist ganz weh. Oh ja, klar. Oh ja. Oh ja, guck ich kann da. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist der Nordweg. Schön, dass die das machen. Das ist der Nordweg. 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 Besized, das ist der Nordweg. Gleich ist er insässig. Und die Nordweg ist ganz 있으 attacking. Die Nordweg. Schöne! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komme nach Hildesheim, hier runter. Hier kommt man nach Hildesheim. An der Straße entlang. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Asel da geradeaus. Ich habe mich eigentlich schon getrocknet, den Weg hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da musste ich dann in Hildesheim, wo ihr schön aus in der Jahreszeit. Ich habe mich schon getrocknet, wo ihr schön aus in Hildesheim, wo ihr schön aus in Hildesheim, 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 in Hildesheim. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schöne, grüne Ich stehe an dem Auto hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schöne Blüten hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schön. Richtig blüten hier. Da sehen sie ein paar Bäume ab. Schön. Noch ein Weg nach Hasum. Es ist aber gesunder hier zu laufen. Ganz nass ist ein Rutsche hier. Kein so ein fester Weg. Aber herrlich. Was ist das schön hier. Ich will hier rauskommen. Herrlich. Herrlich. Haufen Blümchen hier. Schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Hier geht der Weg weiter. Gehen wir hier mal weiter. Einen Ort will ich ja nicht gehen. Herrlich. Das ist Hasum. Das ist Hasum. Herrlich. Ich bin ein paar Worte, ich bin ein paar Worte. Oh, dear. Oh, dear. Hier ist der Laubwald. Es ist ein Sommer hier dunkel. Es ist ein Sommer hier dunkel. Hier muss ich raus. Aufhubsen die Tiere hier. Hier ist der Laubwald. Hier geht der wieder so lang. Das Hasen. Oh, ein altes Auto mal zu sehen. Oh, ein altes Auto. Auch schön. Oh, die leben hier schön am Wald hier. Auch hübsch mit dem Rot hier. Wir haben hier schon zugemacht wegen dem Wanderer. Hier geht's wieder in den Wald. Schubigweg. Hier geht's wieder in den Waldweg lang. Hier war auch. Hier geht's. Keine Umgebung hier gar nicht. Es wird schon wieder dunkel hier. Hier ist auch hübsch hier. Nichts ausgeschildert, wie es hingeht. Hier ist eine Brücke. Kann noch Hasen hier sein. Jetzt kommen wir gleich wo ich bin. Hasen oder Hasen? Hasen oder Hasen? Das ist ein Friedhof. Steigen, hier? Ja. He statewide. Make-up. Wir können gleich sehen, wo wir sind. Ist auch hübsch. So, wir werden mal gucken, wo wir hier sind. Hier komme ich raus. Schulzentrum. Das ist eine Schule hier. Hier geht es nach Hildesheim. Schon die richtige Richtung. Die Schule leeres kann man ja filmen. Das ist eine Schule. Có jetzt die neue Richtung. Die Schule ist nach Hildesheim. Die Schule ist mit Hildesheim. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Marienkapelle Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will von dem Weg. Ich bin hierhergekommen. Da ist ein Schild. Ich bin hierhergekommen. Ich bin hierhergekommen aus dem Wald. Ich bin hierhergekommen. Was für Hunde hier? Ich bin hierhergekommen. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Das stimmt hier in der Umgebung, mit dem Weg lang. Ach, hier ist das NP. Ja, hier ist NP. Die Straßen sind uneben. Hier ist der Bahnhof bei der Kirche. Den Weg jetzt nicht fahren. Stimmt hier. Oh, das wird auch nichts werden hier mit dem Köln. Hier ist der Bahnhof bei der Kirche. Hier war das. Hier ist der Bahnhof. Hier ist der Bahnhof bei der Kirche. Dauer. Ich fahr jetzt nicht mit dem Bus. Hier ist der Bahnhof. Hier ist der Bahnhof bei der Kirche. Hier ist der Bahnhof. Stimmt hier. Das war's für heute. hier guckt man da irgends wie guckt man nach jedes seien im jesien Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Siehst du, vor dem Asel habe ich kein Schild, von dem wir gerufen. Ich habe keine Schild, von dem ich nicht mehr schild, von dem ich nicht mehr schild.